ein chaotisches ahoi und willkommen zurück zum anderen part von super smash plus ultimate stern der lichter so das sagt jetzt wieder nur was wir gemacht haben und ja im letzten part übrigens haben wir jetzt hier diese kessel bayernburg angefangen und ja wir haben müssen kanonkugel sammeln um diese teile zu besiegen um das tor zu öffnen und dann können wir weiter immer der nächste ist also der nächste geist ist die hier und ich will einen anderen character und zwar karen habe ich überhaupt natürlich habe ich sie ich wollte schon sagen dass ich nicht habe aber doch ich habe sie natürlich glück sehr gut das ist sehr gut dass ich noch habe oder von mann so ich hoffe ich habe noch in diesen zwei parts die diese woche raus kommen die burg komplett und ja das war für mein ziel weil ich wieder viel fanden nicht so schlecht mit karen also ja irgendwas geplant habe ist das ist ein scheiß weg also das ist immer noch überlebt was geplant habe ist dass ich ja nach diesem und ich meine eigene bombe reinge haben dass ich natürlich das play community runden bringen werde oder will noch ein paar vorgeschlagen ich will jetzt schüsse ich finde noch endlich er will immer noch nicht verschwinden endlich oh mein gott ja das ist mein plan dass ich community runden bringen wo ein paar leute mit spielen können und ja online display weißt du was weißt eigentlich schon tot sozusagen weil ich dann nur leckt und das geht gar nicht klar aber das kann ich dafür machen hat sich was getan okay wir können jetzt hoch aber okay ich komme einfach wieder zu beginn und das klappt aber da können wir gegen den geist und danach gucken wir mal was dahinten getan hast unnötig zwei minuten verschwindet und eigentlich hätte ich das schon längst hinter mir bringen können aber nie so was ist das für eine scheiß dieser kack schäbe oder wir so viele geister fliegt doch alle bin ich habe ich noch mal nehmen es nervt doch hier alles tschüss flieg so hier du fliegt erst mal sag und du fliegt auch jetzt sagte doch und du gleich mit das verschwindet hier so gut das hat mir auch geklärt ja ich habe gesagt was ich machen will und ich finde eigentlich eine coole sache eigentlich okay wir können jetzt noch weiter dass ich dann community runden machen kann mit euch aber ich sag nur wenn das projekt weiß also wenn du was mensch durch mich der lichter der story moment hier vorbei ist dann werde ich vielleicht diese kumpel die runden bringen und den online modus von smash wiederbeleben auf meinem kanal genau das kämpfen noch mal gegen die geist hier mal gucken ob ich hier was machen kann das so kassenmaus okay da ist eine die sind alle klein und manche sind groß und ja deswegen kannst du maus leg nein da kommt da kriegst du noch ein bisschen auf die fresse ach nee dann nicht ach so da kriege ich mal hier einen schwertschlag sag hier ach so du willst ein ritter rausholen ja das kann es ja nur selber da als andere kann es ja nicht oder was kannst du noch so außer der italienz hat was sollen hat einfach nur fliegen das kannst du machen hier und ihr könnt auch beide fliegen tschüss ach so ist nur friko und dann hast du da ist er ja die maus ist da guten tag ich bin der chaos pirat ich bin ich bin die können finde ich kennenzulernen oh mein gott so jetzt können wir erstmal den hebel betitieren der unter mann nicht so viel bringt weil wir immer noch keine kugeln haben okay hier ist eine kugel die können wir uns erst mal holen aber kommt das hallo lasst mich doch mal in ruhe was ist das für ein scheiß geist also wenn es ein profi geist ist also einfach ganz richtig heftig ja ich habe ihn das mp oder was sie auch sagt tschüss so du willst du noch einen schlag geben da dann ist auch noch ein schlag von mir ne willst du nicht ach komm schwertschlag das ist doch das ist doch gute komo so ein gutes geschenk zum weihnachten aber sich mal weihnachten ist aber egal zum halloween auch was hier über ich habe keine anruhe ich darauf labere höre ich habe keine anruhe ich habe keine anruhe ich habe keine anruhe ich kann ja mal springen nein als ob ich verloren habe aber ich werde kurz gucken welcher geist es war was ist ein profi geist ich denke schon es war neun tausend stand da ach man ich hasse diesen tschüss alter dieser scheiß geist der regt nicht so auf ja schluss verpiss dich alle kleiner ich sag gar nichts ach so ok was ist das für ein scheiß ich kann da nichts machen ich mache einmal noch mit korn dann nehme ich joshia da habe ich keinen bock drauf ey was ist das für ein scheiß geist ja hier flieg aller flieg er hat doch gedodged flieg bitte flieg auch mal an flieger endlich endlich also kommt schon das geist okay hey wer ist ein profi geist das wäre so krass ein profi geist also könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen das war eigentlich eine kugel das geworfen irgendwo feuer und ich weiß aber nicht genau wo denn wo kommen wir sowieso nicht hoch ich will da irgendwie hoch da ist noch auch noch eine kugel ich denke ich schieße hier ja ich schieße hier ja das war gut jetzt komme ich auch an der kanonkugel dran hoffe ich mal ja ich komme nach oben perfekt und an die truhe wo 30 leeren jouwälen ok das hätte ich nicht gedacht so jetzt kann ich aber nur jetzt kann ich aber nur noch ein zwei ich kann mal hier ja ich kann mal hoch aber ja toll was hat mir ist das gebracht ich weiß es nicht ich komme hier durch aha und ja hier durch ja ich komme hier auch durch ok wo geht es hier lang so ok dann haben wir hier weiter ich habe es sogar ein paar eigentlich es ist eigentlich mal so lang als kassel ist echt nicht lang aber das ist ein film wie ich kenne mir sogar also wenn ihr horrorfilme kennt ich weiß aber nicht ob ich das sagen soll obwohl ich habe schon mal in der film vor gesagt aber er ist wirklich stark als james bei den kädel alter das war das gerade das würde ist gerade nämlich ein elektronowund ok du willst zu haben dann nämlich ein elektronowund wenn du willst lecker sieht mich dann nicht mehr aber wirklich die konta bei mir trefft nie leuer seinen eigenen team verletzt ja ok perfekt ist dann und er ist mega easy beste weiter was tut sich hier und ich kann einen geist befreien das tue ich auch lieben gerne ein charakter kann ich eigentlich befreundlich mit laces ist klar damit freiwillig noch mal wohl Okay. Ah, komm. Stopp. Oh. Okay. Gerade läuft es gut. Oh. Ausgedrinkst. Beste Ridley, Alter. Sehr schön. Gut. Wir haben Ridley erhalten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Cool. So, wir kommen aber immer noch nicht dort ran. Wir werden immer noch keine Kanonenkugel haben. Also, wir können immer noch nicht nach oben kommen. Und da ist eine Kanonenkugel. Also, ja. Verdammt. Vielleicht kommen wir noch später dran. Aber ich weiß nicht. So. Machen wir hier. Das hier. Damit wir immer da erscheinen. So, jetzt wird auch noch mal hier nochmal geguckt, was es hier so gibt. Okay. Alles klar. Okay. Oh nein, Gott. Legendärer Geist. Scheiße. Das ist hart. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe den schon. Alter. Alter. Oh Mann, das war so unnötig. Jetzt habe ich ein Number. Oh mein Gott, der haut ja richtig rein. Nein. Am Anfang habe ich richtig kassiert. Scheiße, das ist ein Ding der Geist. Ich weiß nicht, ob wir den Schauer heute schaffen. Aber ich will es versuchen. Aber ich will es versuchen. Ich denke mal, mit Joshi schaffe ich den. Aber mit Karin, ähm. Hey, ich habe Kontakt. Kontakt, hallo. Konter will irgendwie nicht mehr. Hallo. Jetzt aber, jetzt aber. Ja. 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 Ach, ich wollte die ganze Zeit smashen, aber ich mache die ganze Zeit Konze. Oh. Alter, ich bin so blöd gerade. Oh Mann. Scheiß legendärer Geist. Alter, ob der Perfect shieldet. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, es war so eine gewisse Chance. Geist. Komm, komm, komm. Nein. 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 Nein, ich will nicht. Nein. Wird knapp. Hab ihn. Ja. Best in dem Pascht, aller. Oh. Oh. Nice, 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 nice. Im dritten Versuch. Alter, so schnell habe ich den Geist, denke ich, mal noch nie besiegt. Puh, okay. Alles klar. Dann besiegen wir noch den Geist und noch ein paar andere. Ob dann wär's für wieder die Folge. Ja, das schaffen wir sogar in der Woche. Also ich hätte nicht erwartet, dass wir es so schnell schaffen, in der Woche das Kartoffeln abzuschließen. Okay, jetzt gegen den Junior-Gleister kann ich eigentlich nur gewinnen. Ja. Oh. Ich muss das auch schnell machen, komm. Mann, die dodgen immer perfekt im Endeffekt. Das ist scheiße bei... Ah, verdammt. Oh, Mann. Tschüss. Ich dachte, der war noch nicht tot. Naja. So, habt ihr gerade gesehen? Ich hab mich immer da dran. Also an dieser... An dieser Säule da. Jawohl, Kanonenkugel. Beste. Gut. Ja, komm. Machen wir noch diese Geister hier. Dauert sowieso nicht lange. Das sind sowieso nur ein Sternegeister. Das können wir eigentlich noch schnell schaffen. Jo. Man braucht ein Perfekt-Chill, die alle. Tisch. So sehr leicht. Aber auch ein bisschen länger gedauert. Ja, mach schneller, bitte. Biete, 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 biete mal schneller. Was ist das hier im Geist? Drei Stände. Der Tod. Alles klar. Moin. Wie heißt er nochmal? Ah, der Tod. Ja, genau. Tod. Den... Den Geist hab ich zum Beispiel noch nicht. Also... Wenn ich mich erinnern kann. Leise. Mann. Ah, Mann. Diese Sense. Die sie auch haben. Flieg. Flieg doch endlich. Was? Was? War das bitte? Okay, Leute. Ich muss sagen... Das war die heutige Folge von Super Smash's Ultimate. Ich dachte, wir scheifften nach diesem Geist. Aber irgendwie nicht. Dann machen wir einfach den beim nächsten Mal weiter. Und das hier machen wir auch beim nächsten Mal da. Wo ist die denn in der Kanone? Na, hier. Hä? Ich kann auch... Warte. Was ist denn hier eine Kanone, um das hier abzuschließen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab irgendwie gar keine Kanone in der Nähe. Also weiß ich nicht, wie wir das überhaupt abschließen können. Aber egal. Leute, ich muss sagen, das war die heutige Folge von Super Smash's Ultimate Stern an den Lichter. Schalt beim nächsten Part wieder ein. Bis dann. Und ciao.